Ich bin auf dem Inselfest hier in Pochz und finde es sehr schön, weil es ja schon seit vielen Jahren stattfindet. Hier ist was los, hier ist Stimmung, hier ist Action. Alles gut? Ja, wir werden gerade fotografiert hier. Wir sind am Filmen, junger Mann. Wir sind am Filmen, Entschuldigung, ich bin aus der alten Schuhe, weil mir wird noch fotografiert. Als die Bilder laufen lassen. Wir wissen nicht, wie lange es hier schon gibt, dieses Fest. Doch, ich glaube seit 100 Jahren. Aber vom ersten Tag an waren Sie nicht dabei? Nein, nein, ich komme erst die letzten 50 Jahre. Ja. 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 Ja.